Wir haben uns 2007 für WICAM entschieden, weil die bis dato verwendete Software nicht geschafft hat, mit unserem Maschinenpark mitzuwachsen. Es war herstellerübergreifend, es waren Technologiesprünge dazwischen und uns war einfach wichtig, dass unsere Anwender hier im Haus eine Software haben, die alle Maschinen ansteuern kann. Und das auch nicht nur heute, sondern auch noch morgen. Das Besondere an unserer Firma und unserem Produkt ist, dass wir die höchst anspruchsvollen Fassadenprojekte machen. Die Fassaden, die bei uns zum Auftrag werden, lassen sich nicht am Fließband produzieren, weil sie immer individuell sind. Deshalb ist es für uns auch so entscheidend, dass wir eine Software haben, die sich auch auf diese Individualität einstellt. Wir konnten die Prozesse, die das hergegeben haben, dass eine Digitalisierung oder eine Optimierung seitens Software möglich war, da konnten wir das tun. Und die Prozesse, wo das eben halt noch nicht möglich war, was in der Serienfertigung vielleicht funktioniert hätte, aber halt nicht in unserer handwerklichen Sparte, konnten wir auslassen. Und da war WICAM für uns einfach die Software, die diese Hop-on-Hop-off-Möglichkeiten da geboten hat, dass wir es so zurande ziehen konnten, wie wir es brauchten. Für zukünftige Maschineninvestitionen fühlen wir uns halt nicht eingeengt, weil wir mit WICAM bisher in der Vergangenheit alle Neuinvestitionen ansteuern konnten und die Erwartungen haben wir auch an die Zukunft. Bis zum nächsten Mal.